Ihr seid schneller auf jeden Fall. Da ist ein Schlafsack, da ist ein Schlafsack gewesen. Ja, die sind nackig da. Das sind wieder Zossen. Das sind wieder Zossen. Wir sind gerade noch in unserer PvP-Session auf dem Weg zur nächsten Resighting und Zoss könnte an jeder Ecke lauern. 8060, meine lieben Freunde. Da oben wird es auch noch mal angezeigt. Ich glaube wir müssen hoch, oder? Ich glaube schon. Ja, wir müssen hier hoch. Es kann auch gut sein, dass Zoss auch gleich wieder hier aufschlägt. Wenn sie jetzt nicht vielleicht die Nase voll haben und auf PvP begegnen. Äh, Rezidus den Pachi verärgert. Äh, ja. Achtung, hier sind Thorosaurier. Die sind übrigens auch verärgert jetzt. Lauft. Ja. Was ist denn das da? Ach du Scheiße, das ist ja so ein Robo-Rex da vorne. Achtung, Lea, Lea, Lea. Ich komme hinter dir. Scheiße, er flüchtet, der Iguanodon flüchtet. Das ist ein 162er Tech-Rex. Achtung, der Iguanodon flüchtet so ein bisschen in Richtung Tech-Rex, weil es gleich geschrien wurde. Wie lange hält denn das noch an, der Effekt? Sechs Sekunden. Wo bist du denn? Hier bei mir, wo ich bin. Wo mein Name steht. Äh, dürfen hier Tech-Rex spawnen? Nein, dürfen sie nicht. Ich wusste gar nicht, dass die drin sind. Ich wusste gar nicht, dass die drin sind. Ich wusste gar nicht, dass die drin sind. Lea, was machst du? Lea? Lea, nicht da hin. Lea. Blödsinn. Wo seid ihr? Da. Augen auf. Wir müssen ein bisschen mehr in C60. Hier ist ein Skorpion, aber das sieht nicht richtig aus. Vielleicht ist er auch da unten irgendwo. Da laufen auch Skorpione. Aber das mit dem Tech-Rex muss ich mal untersuchen, das darf eigentlich nicht sein. Ich wusste gar nicht. Ja, ich hab das auf dem Server von Lone Star habe ich gestern auch einen Tech-Rex gesehen, das hat mich da auch verwundert. Das ist bestimmt wieder jetzt ein neues Standard hier durch so ein komisches… Das kam… Ja, das Eventzeug, okay. Okay, das muss ich wegmachen, das wusste ich nicht, dass der jetzt standardmäßig drin ist. Ich wusste bisher auch nicht, dass es die gibt. Es kann sein, dass der da drüber auf der anderen Seite ist, ne? Da drüben laufen. Wirklich? Oder unten. 25, 25, das sind sie nicht. Da unten sind auf jeden Fall auch Skorpione, ich seh sie von hier oben. Ich glaub ich geh einfach mal runter. Ich geh auch runter, ich komm mal runter. Hier hat jemand zu… Achso, das ist Ari. Dein Raptor steht hier noch, ne? Ja, ja, ich weiß. Ich hab's geschafft mehrfach aufzusteigen im Flughaar. Ich hab's geschafft mehrfach aufzuschlagen. Was ist das denn? Oh Gott, das war zu hoch! Oh oh. Oh scheiße, alles gut. 80, 60, wir müssen sogar noch ein Stückchen, ne? Wenn wir sicher gehen wollen. Das müsste weiter da sein. Da muss ich ja wieder hier Gammelfleisch-Bates in meinen letzten Slot ziehen. Timmt. Da hinten läuft ein Skorpion. Und der ist 25, ist er nicht. Da hinten ist noch einer. Oh, hier sind wieder Sandhäufchen. Das ist er, der ist blau. Ah, er ist blau. Ja, da ganz hinten ist er. Juhu, juhu! Der ist echt superblau, ey. Das ist superblau. Er hat schon einiges insus. Schießt ihm schon mal was hin. Ja genau, schießt ihn, schießt ihn. Oh, 255. Da ist ein Trilobit neben ihm. Ich will ihn mit Gammelfleisch beschießen. Echt? Das klappt irgendwie schon wieder nicht. Oder wir sind zu weit weg. Ich geh mal ein Stück ran. Mag er keine Pfeil-Bates? Gibt's sowas auch? Nee, das ist egal. Ich schmeiß ihm sonst gleich was vor die Nase, weil er kriegt ja kein Agro auf mich, ne? Sonst hätt er das ja schon längst. Das stimmt eigentlich. Ey, was ist rechts mit dem, ähm... Dornenechsenvieh? Ja. Also ich hab's ihn jetzt wirklich vor die Nase gelegt. Der nimmt's nicht. Probier's nochmal mit normalem Fleisch, vielleicht. Prime Meat hätt ich sogar auch noch. Ey, ich hab was abgekriegt. Ich werd' beschossen. Ja. Oh shit. Irgendwo von oben bestimmt wieder. Von oben bestimmt wieder irgendwo. Ich probier das noch kurz mit dem Skorpion, ansonsten können wir ihn töten einfach. Dann töten wir ihn einfach, genau. Dann kriegt ihn keiner. Es scheint nicht möglich zu sein, Skorpione zu zählen. Warte doch. Oh nein, er hat Agro auf Flair bekommen. Okay. Ich dachte schon, er hätte reagiert aufs Fleisch. Was ist denn das hier? Ja, dann hauen wir ab. Lass uns einfach gehen. Dann gehen wir einfach. Dann bringen wir ihn um, oder? Bringen wir ihn um, ja. Wenn's nicht geht. Dann gibt's nen Boost. Wer auch immer den Boost haben will. Ey. Der ist Bino. Ich hab den Boost. Ich hab den Boost. Haha. Alles, alles gut. Ich werd grad dauerhaft geschossen. Ja, wir sollten uns, äh. Da hinten, da hinten geradeaus, hier wo ich hingucke. Da hinten laufen welche. Okay. Na dann gehen wir doch. Ach komm. Ihr seid schneller auf jeden Fall. Auf geht's. Da ist ein Schlafsack, da ist ein Schlafsack gewesen. Die sind nackig da. Das sind wieder Zost. Ich hab Abi gefressen. Jawoll. So, Schlafsack ist weg. Und hier ist noch Ausrüstung. Hier ist Equip. Hier ist Equip noch. Gelootet? Ich loote grad. Äh, Fleisch ist hier drin, Leute. Oh, ich hab ne Longneck. Piratosaurus, Leute. Ja, ja, ja. 50, 65 ist doch echt. Alter, wie viel haben die denn dabei gehabt hier? Hilfe, ich bin überladen. Ich muss was in Spino stecken. Warte, ich komm mal. Hat jemand Kacke dabei gehabt? Ganz auch hier. Braucht noch jemand ein Radio? Ja, die haben doch Bild. Moment, Moment. Oh, guck mal. Veggie-Backbaits haben sie auch. Ich musste jetzt mal ganz viel rüberschieben hier. Weil ich kann ... Ja, ja, alles gut. Radio kann ich gut bekommen. Die haben schon wieder Nachtsichtgerät dabei gehabt, Leute. Oh, das ist gut. Raft haben sie auch dabei. Oh, das ist gut. Warte mal, 50, 65. Müssen wir das Raft mitnehmen? Nee, eigentlich nicht. Ich heb dir jetzt aber alles. Du kannst ja noch mal nachschottieren. Weil ich ... Ja, weil ich bin so voll gerade ein bisschen. Nehm dir das Raft mit, weil wir müssen auf der gleichen Insel bleiben. 50, 65? Ich hab's Raft da irgendwo in den Haufen geschmissen. Oder? Ach so, nee, warte mal. Warte mal. 50, 65? Das ist mittig von der Map. Da hinten läuft einer. Will ihn jemand holen? Da, wo ich hingucke. Wo ist da hinten? Ja, ja, ja. Ich bin ein bisschen langsam. Siehst du? Sehr gut. Ah, ich seh sie, ja. Mit ner Waffe, richtig? Ist ich das richtig? Ja, mit ner Waffe. Pass auf, der Petri, der. Er versucht abzuhauen. Er versucht abzuhauen. Wie er bei mir weggeflogen ist gerade. Das ist Clemens. Der fehlte noch. Ich hab ihn gleich, ich hab ihn gleich. Hab ihn. Ich hab ihn. Oh, du hast ihn. Der hatte nichts, der hatte nichts dabei. Achtung, Petri. Doch, doch, er hat ne Waffe dabei. Echt? Ein bisschen schwerer. Nicht Scope Attachment. Siehst du, wir haben noch keine Scope Attachments jetzt schon. Stimmt. Ich schon. Leer auch. Ich hab auch ne Longneck mit Scope Attachments. Nee, nee, hier sind zwei Longnecks. Ja, die haben wir mit Scope Attachments. Ja, die haben wir mit Scope Attachments. Ja, die haben wir schon mit Scope Attachments. Wir haben schon welche. Ich hab die gemutet von dem... Peter hatte letztens immer ganz viele gemacht. Aber nee, wir haben welche. Ich hab zwei neue Waffen. Das wollte ich damit sagen. Ach so. Okay. Ach so. Achtung, Petri. Okay. Wow. Ach so, ich hab den gefressen deswegen. Aha. Ja. Wenn du die frisst, dann hast du direkt das Zeug. Ach Gott, ich hab ein Haufen Zeug dabei. Aha. Ja, ich hab auch... Ich hab zwei Leute und nen Dino, glaub ich, gefressen. Boah, wie viel Essen die haben, Leute. Ich hab nen Haufen Zeug. Ja, ja, ich hab zwei Stacks Fleisch. Die nehmen eindeutig zu viel mit. Boah, ich hab auch nen Blueprint. Ich hab auch nen Blueprint. Ich hab von dem Skorpion vorher nen Blueprint für ne Pistole für ne Verbesserte bekommen. Ein Velociraptor... Ein Velociraptor von Zoss hat übrigens nen Schlafsack von uns kaputt gemacht. Ja, das kann ja nur auf dem Floß gewesen sein. Und wir haben nen Dimorphodon von Zoss getötet. Nein, da ritzig. Achtung, da ist noch jemand. Da ist noch jemand. Ja, tut mir leid, ich wollte was fressen. Ich wollte noch mal was hier gehen. Denkt man, wir müssen jetzt langsam los. Wir müssen den anderen auch noch suchen. Ich weiß die Koordinaten nicht mehr genau. War das 50, 65 oder so? Ja, 50, 65. Dann ist das noch hier auf der Insel, oder? Ja, ja, das ist noch hier auf der Insel. Deswegen sind die wahrscheinlich auch ständig hier. Müssen wir jetzt aufpassen. Ihr könnt alle noch laufen, keiner muss irgendwas abladen. Wir können noch laufen, wir können noch abbewegen. Ich bin total überladet. Dann gib mir das. Bei dem Raptor ist es wichtig, dass du laufen kannst. Ja, genau. Dass wir schnell laufen können. Du musst sowieso noch ein paar Sachen rausschmeißen. Die haben hier lauter Bären und so dabei gehabt. Gib dir mal die Rüstung. Okay, die kann ich nicht mehr tragen. Mhm. Ist noch ein Schnafsack auch drin. Also da sieht man mal, wie krass wichtig die Raptoren im PvP sind. Wir haben es gerade gesehen, als ich hier Clemens verfolgt habe. Der ist zu Fuß weggerannt mit seiner Waffe. Ich habe einfach ein paar Mal auf springen gedrückt, war sofort dran und konnte ihnen direkt Schaden machen. Dann noch der Bluterschaden, Knochenbruch hat er dann direkt, ist langsam und dann noch einmal zubeißen ist er tot. Also ist schon ziemlich krass. Okay, auf geht's. Ab, ab. Ab, ab. Ja, ich auch. Wir waren ja super weit weg und wir haben den beide verfolgt mit den Raptoren. Wir waren direkt da gewesen. Raptoren im PvP hier sind auf jeden Fall Gold wert. Deswegen, gut, dass wir die nochmal gezähmt haben, als wir die Session gemacht haben, wo wir noch ein bisschen, wo wir eigentlich bauen wollten. Aber da haben wir dann Raptoren und so. Hat jemand im Überblick wo gelangen müssen? Ja. Ich hoffe, äh, ja. Äh, geradeaus erstmal. Erstmal hier durch die Schlucht durch müssen, ja. Find's auch gut, dass man vom Spino aus so viel sehen kann von hier oben. Mhm. Ich bin, ich bin zwar langsam, ihr müsst euch dann um die schnellen Leute kümmern, aber wenn irgendein großes Viech kommt, dann kann ich das umbringen. Ja, du siehst alles. Du kannst alles umbringen, das ist so gut. Wir haben eine super Kombi gerade dabei. Ja, ja. Ja, weil gerade nochmal der Vanilla Techrex erwähnt wird, den werde ich auf jeden Fall dann bei der nächsten Session rausgenommen haben. Das geht ja mal gar nicht hier, ne? Mhm. Der gehört hier nicht rein in Jurassic Park. Der war vor allem Level 162 da oben. Ja, der gehört da nicht rein, der ist fehl am Platz hier, der soll auch gar nicht hier auftauchen. Ich wusste aber nicht, dass das jetzt ein Standard hier ist. Ich hab mich mit diesem, mit diesem komischen Update, was die da gemacht haben, hab ich mich auch nicht so auseinandergesetzt, muss ich dazu sagen. Deswegen. Ich dachte auch nur, es gibt jetzt hier diese Knochen und so und dann kannst du da Skins machen halt. Ich dachte auch, das wäre ein Skin. Ich hätte nicht gedacht, dass das jetzt Standard ist, aber okay. Aber gestern dachte ich noch, es gehört zu dieser Skies of Nazca Map, weil auf Launcher Server hatten ja Skies of Nazca und da hab ich ihn auch wild rumlaufen sehen. Weil er ja auch in Eternal schon drin war, ne? Da gab's die ja auch schon, also genau dieselben auch. Oh, hier sind Raptoren. Ja, hier ist auch ein Giga. Oh Gott, ganz gut. Aber, gut. Dann 150er Radfritter, schade. Ja, gut. Ich hab jetzt nicht so aufs Level geachtet. 50, 65. Oh, dieser Blutungsschaden. Ja, der Blutungsschaden ist echt, echt, echt bitter. Wir werden von einem Giga verfolgt. Oh, schon wieder. Vorsicht da vorne. Rechts ist ein Rex. Weiter nach links müssen wir auch. Ich hab grad kein Stamina mehr, ne? Haben wir Ameisen? Alles gut. Nicht immer noch so schnell. Wo müssen wir jetzt hin? 50 oder 80? 50, 65. Ich könnte schon mal vor. Aber das Öl schmeiß ich auch weg. Das kann jetzt nicht sein. Mehr nach rechts, ne? Ein bisschen, ne? Was ist das eigentlich? Oh. Du kannst auch an sich eigentlich auch Fleisch und so wegschmeißen. Ich glaub, wir können hier durchlaufen, hier rechts. Ja, Fleisch hab ich schon weggeschmissen, aber ich hab halt noch Fischfleisch im Inventar, weil der Spino ist ja im Fischwald. Stimmt, der frisst ja noch Fisch. Stimmt. Ich hab auch nicht mehr volles Leben tatsächlich. Garfors ist ein Rex. Dank dem Giga hab ich 5000 Leben verloren. Oh Gott. Wenn's nicht mehr geht, musst du sagen, dass wir ein bisschen mit dir, äh, oder versuchen für dich zu übernehmen, ne? Ja, momentan ist das noch gut. Oh, krepiert. Das wär irgendwie ungünstig. Ceratosaurus, für den brauchen wir auf jeden Fall auch Arme, ne? Ja, haben wir ja dabei. Haben alles dabei. Ich hab auch Arme dabei. Ich würd's nur noch mal erwähnt haben für alle, die's nicht wissen. Das ist ein Cerato nochmal. Man kann die natürlich auch. Das ist was ähnliches wie ein Karne. Genau. Erinnert dich an Jurassic World Evolution. Genau, das ist der mit dem Horn auf der Nase. Ja, ja, ja. Hier ist ne Ziege, ne Jurassic Park Ziege. Ah. Das sind unsere Flüsse. Wir müssen jetzt übrigens aufpassen, weil hier sind die Parkmauern sichtbar. Genau. Hier wegen PvP und so. Verboten. 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 Ist das hier auf der Nase hier oder ist das Schluss der Nase? Ich bin mir nicht sicher. Ich lauf gerade. Irgendjemand hat hier nen Tomosaurus geschwögert, glaub ich. Äh, ja. Äh. Oh, hier hinten bin ich mal gestorben. Oh, hier hinten bin ich mal gestorben. Guck mal. Einer hast du dich noch an die Finger. An diese schöne Zeit, wo wir sind, wo es rumgelaufen sind und nichts gekriegt haben. Wo ich, wo ich versucht habe irgendwie nen Raptor zu zähmen und das auch nicht funktioniert hat. Was ist das? Da vorne läuft was? Das ist ein Kano. Okay. Ach toll, jetzt sind die Bäume so niedrig, jetzt seh ich nicht so viel. Da ist ein Kano, achso. Ja. Könnte natürlich nicht auch schon auf der nächsten Insel sein, je nachdem wie du zum nächsten Ah, hier ist ein Tano. Ein unsichtbarer. Oh. Wo? Hier direkt vor mir. Ah. Er steht direkt vor mir. Ah. Er war da. Jurassic Park Kano Taurus. Okay, die können sie also wirklich zahmen. Mhm. Ist so böse. Äh, da ist was im Wasser. Was? Da schwimmt was im Wasser. Was? Da schwimmt was im Wasser. Das ist ein Gina. Angina, genau. Es ist ein Anginasaurus. Nein, ein Gigasaurus ist es. Da schwimmt noch ein Rex. Wir sollten vielleicht darauf achten, dass wir mal ans Wasser gucken. Das ist ein 135er Velociraptor da vorne an der Krippe. Ah, was ist denn das hier vorne? Irgendwas, was brüllt. Äh, ich seh nicht was es ist. Ich weiß, es ist ein Torbosaurus, oder? Ich weiß, es ist ein Torbosaurus. Torbosaurus, okay. Kann ich fressen. Das leuchtet ja eh nicht. Das leuchtet ja eh nicht. Ich muss eigentlich nur aufs Leuchten achten. Und da ist wieder das Unsichtbares. Oh Gott. Oh Gott. Immer diese Unsichtbaren. Ich schmeiß jetzt mal die Bären weg. Ah. Sind wir vielleicht schon vorbei? Weiß ich nicht. Also wir mussten nach 50, 65. Er könnte ja auch. Das wäre, das könnte wirklich da drüben sein. Ich schwimme mal rüber. Das ist bestimmt auch da drüben. Ja. Mach mal. Huiiii. Ich sag euch, das ist da drüben. Wir können an sich eigentlich schon direkt zu den Wafts zurück und da direkt schon spaliert stehen. Ja. Das sind Fleischfresser. Ja. Wir laufen zum Fluss zurück. Wo, wo müssten wir nochmal hin zum Fluss? Hier, wo wir herkommen sollen. Rannotitan. Sukromimus. Giganotto. Oh, da ist ein 150 Gateri, aber der schlägt sich mit dem Bären. Ja, aber wir müssen auch aufs Iguanodon so ein bisschen aufpassen, ne? Dass das nicht jetzt hier irgendwie gecashed wird. Wo ist denn das? Mach da. Hinter uns. Wir sind doch hier. Die Luziraptoren sind hier. Ein 130er zum Beispiel. Mal gucken, dass er nicht irgendwo im Wasser schwimmt. Aha. Was ist das? Nennt Karcharodontos aus. Oh, der 150 Gateri hat's überlebt. Der hat den Giganplatz gemacht. Hm. Wo bin ich denn jetzt? 50. Ich muss ein... Das ist da oben irgendwo. Ich such schon mal, ne? Ja, ja. Wir müssen ja hin zu den Rafts erstmal. Dauert im Moment schon. Ich glaub, der ist hier oben auf dem Berg. Wir gehen am besten zu dem Raft mit den... Schlafsäcken. Mit den Schlafsäcken, genau. Das steht da hin. Ja, wir gehen am besten wieder mit. Das heißt, es ist ein Rex. Dann wird jetzt... Kann auch jeder eins nehmen. Ja, stimmt theoretisch. Wir könnten mehr als eins nehmen auf jeden Fall. Ich würd jetzt lieber so ein bisschen zusammen sein. Auf den anderen ist kein Schlafsack dran. Du hast mich eingebackt. Danke. Du hast mich eingebackt, wie das auch klingt jetzt. Jetzt wenn du... Backe, backe, backe. ... sie so mit Teig eingerieben hast in den Ofen gesteckt hast. Du hast mich eingebackt. Irgendwo hier oben muss er sein. Ich find das übrigens schön, dass ich immer noch glitzer. Bisschen schade, dass der Effekt so weit oben ist. Shadow hat grad gefragt, ob der Spiegel auf ne Rare Sighting reitet. Und die Antwort war, er ist ne Rare Sighting. Ich bin die Rare Sighting, weil ich eine getötet habe. Ich dachte, der hat Shadow grade schon Angst gekriegt, dass wir ne Rare Sighting mitgenommen haben. Hier ist übrigens der Cerato. Boah, der sieht cool aus. Au! Oh, du hast den Cerato gefunden? So, ihr könnt mal rechts eingucken. Was ist denn da links? Da leuchtet irgendwas. Oh Gott. Ich hab ja ne Longneck mit. Oh nein! Ohohoho, der Rex hätte mich fast runtergebrillt. Ach, das ist ein Gully. Das ist ein Gully. Die Gullys haben hier auch so nen Pack Boost anscheinend. Okay. Wo ist denn der Cerato? Ist der auf dem Berg? Wenn ihr da unten angelegt habt, rechts herum und dann den Berg wo? Ja, dachte ich mir fast, okay. Der ist direkt hier oben. Ich muss nur grad gucken, dass er nicht irgendwie hier runterläuft. Ich hab gar keinen Scope auf meiner Longneck fällt mir auf. Ich brauch mal sowas. Ich hab nen Scope, ich guck dich grad an. Wir haben bestimmt welche dabei. Ja. Nimm Spino bestimmt. Du musst gleich mal gucken, ob ich welche hab. Äh, ich hab dir doch Longnecks reingelegt. Vielleicht soll ich mir mal die Scope abnehmen. Oder wechseln. Je nachdem. War das eigentlich hier? Ach, ein Orolo-Titan. Äh, brauch ich jetzt Arme dafür oder Fleisch ist die Frage? Ja. Auf jeden Fall Arme. Bei der Größe des Tieres auf jeden Fall Arme, ja. Arme? Ja, warte mal so. Ich warte auf euch kurz. Wenn's nicht sich zurückgesetzt hat, also. Ja. Ja. Mal schauen. Ja, hier sind Scopes drin. Im Spino. Ja. Und dir eine abgeben. Ne schöne Shotgun ist auch wieder dabei. Aha. Nicht in mich rein, rein Freundchen. Hm. Mal gucken, wo ihr seid. Shadow ist seit halb acht mit am Schauen, sehr gut. Wir landen jetzt gleich hier unten. Also wir legen gleich an. Ja, schön landen. Ist das eine Abkürzung? Genau. Da hinten ist der Tierring. Ich glaub, dass der den jetzt hier erwähnt hat. Hm. Rechtsrum einfach am See vorbei. Und dann rechts hoch. Also hier jetzt anlanden, ne? Äh. Hier ist ein Anno runtergefallen. Oh. Auf die Tiere. Oder fahr weiter. Genau. Warte, wir müssen den, wir müssen den auf jeden Fall weglocken vom Floß. Nicht, nicht auf dem Floß kämpfen, sonst macht der die Schlafsäcke kaputt. Ich bin jetzt am... Hier kommt noch irgendwas. Auf einer. Äh. Das ist ein Suchomimus hier noch. Das kriegen wir auch noch. Was ist hier? Oh Gott. Ja, alles gut. Unser Spino war das. Was bin ich? Nice. Großfettgefäß. Gefährlich. Hahaha. Das könnte auf so einer Packung draufstehen, so. Großfettgefährlich. Ich kann mich grad nicht mehr bewegen, irgendwie. Oh Gott. Was ist denn das jetzt? Ist wieder... Ich glaub, das ist wieder irgendwas mit meiner Tastatur hier. Aber ich werd hier getötet. Hallo, Hilfe. Wo bist du denn? Na zurück, ich kann mich nicht bewegen, hab ich doch grad gesagt. Hilfe, hier, Hilfe. Wo denn? Na hier. Oh, ich geschlagen bin. Jetzt kann ich wieder was machen. Ich muss geschlagen werden. Das war der Tier in Level 150. Alter. Oh Gott. Irgendwie hat grad wieder was gesponnen bei mir. Ich weiß nicht, was das ist. Aber ich konnte mich grad nicht bewegen und nichts machen. Warte, die Tastatur schluck auf. Ja, scheint ganz so zu sein. Kannst du, bleib mal ne Sekunde stehen? Ja. Ja, hol dir mal deinen Scope. Ich hab dir so viel da reingeworfen. Ganz unten irgendwo. Ich tausche einfach mal die Longnecks. Oder so. Dann ist eh fast kaputt. So. Sehr gut. Gut. Oder war ich irgendwie, hatte ich irgendwie nen Statuseffekt von nem Tier jetzt gehabt, was wir angegriffen haben? Keine Ahnung. Aber wir haben dich ja. Alles gut. Naja, alles ist gut. Aber mich würde trotzdem interessieren, was das jetzt war. Ob das meine Tastatur wieder war? Oh Leute. Vorsicht, rennt nicht dir den Zirato gleich da oben rein, ne? Mhm. Wie schießen wir denn auf den? Ich kann's machen, er ist nicht aggro auf mich geworden. Oh, er ist geslained worden. Ich hab's gerade gesehen. Von was? Von was war der jetzt? Ich geh schon. Ah scheiße, okay. Schade. Okay, umdrehen. Na gut. Schade, dass die so aufeinander aggro sind, die Rexe und die Ceratos. Kann mal mehr Spielbär, ne Spielzeugbär wieder aufziehen. Ja. Da war wohl... Jetzt schon wieder? Hä? Waren das grad? Komisch. Er bleibt immer kurz stehen, der Raptor. Ich brauch so ne kleine Tastatur. Ja, irgendwie irgendwas stimmt da anscheinend nicht. Ich brauch auf jeden Fall ne Reserve Tastatur, so wie es aussieht. Falls die hier wirklich mal die Läser haben. Ey, mach nicht mit unser Raptor kaputt. Was? Oh, der Indoraptor. Was macht der denn da? Au, au, der macht mich fertig. Ei, 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 ei. Oh nein, scheiße, stimmt. Der macht ja Schaden am Mensch. Das muss Ritzi machen. Hab ihn. Sehr schön. Nanook. Nanook Saus. 25, 35. Ja, welches Schlafsack hast du überlebt? Der wurde auch wieder getötet. Der ist. Also Ritzi, ich muss mal Rüstung und so. Ja stimmt. Mach da mal. Wir haben jetzt Zeit. Die Rare Sighting wird grad wieder ausgeknobelt. Ähm, macht euch mal. Organisiert euch mal. Oh, hier ist ne komplett fertige unbehelligte Rüstung. Ja, da ist alles mögliche drin hier. Ich hab ja auch meinen Schlafsack. Warte mal. Ah, Pink Forney Dragon, den müssen wir eigentlich für ein Nami holen. Ja, stimmt. Es ist Pink und es ist genau in der Mitte, so wie es aussieht. Das ist nur die Frage, ob es unser Ding da ist. Ja, bestimmt bei 70, 65. Natürlich. Warum sollte der weg? Aber die Frage... Ne, stimmt. Kann man den überhaupt 10? Äh. Weiß es nicht. Waren das Pflanzenfresser? Was haben die ihn gefressen? Ja. Pflanzenschresser? Es sind... Ne, es ist ein Fleischfresser. Aber wir haben doch alles dabei, oder nicht? Ja, ja. Ne, ich war mir halt nicht sicher, ob... Wir müssen gucken, ob wir ihn ziehen können auf jeden Fall. Ja, genau. Du kannst ja schon mal vorstellen. 70, 65. Da, wo wir herkamen quasi von der... Na toll. Und wieder zurück. Das ist so... Wir müssen auch irgendwann dann anfangen, auf die Zeit zu achten. Das ist nur eine Dreiviertelstunde. Oh, stimmt. Dass wir uns nicht verhaken. Und dann sonst wo sind am Ende. Ja, stimmt, ey, scheiße. Wie viele Punkte haben wir jetzt mit den ganzen Resitings gemacht? Wir haben doch nur 2, 3. Haben wir nicht 22 Punkte jetzt insgesamt? Abonniertelstunde und sieben die Den spiritualität. Über all die Zukunft. Und dann auch noch repairs. Imрем点 zuse. Das ist eine Erwartung von dem, massiv caused. Bis zum nächsten Mal. Nee, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung. BR 2018